Ja gut, wir haben hier ja ein wunderbares Projekt, das war landes-, bundesweit das hundertste PPP-Projekt. Wir haben auch bei diesem Projekt ganz klar durchkalkuliert, ob es vertretbar ist. Wir haben eine Kostenersparnis von 13 Prozent dabei festgestellt und haben gesagt, okay, das ist ein Projekt, was sich rechnet, was auch von der Gesamtkonzeption, glaube ich, sinnvoll ist, das jetzt hier auch mal im Echtbetrieb sozusagen durchzuprobieren. Die bisherigen Erfahrungen waren hervorragend, Firma Derwald, die ganze Konstruktion hat hervorragend gearbeitet und insofern fühlen wir uns bisher bestätigt. Vielen Dank.